Und alles kann sich kein Schluss merken. Wow, hast du gesehen, wie ich das Geld rausgeschossen habe? Ja. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brawlhalla. Zusammen mit Niklas. Der Rest ist heute nicht da. Obwohl Patrick könnte auch dazu kommen. Aber live ist zumindest nicht da. Und wir spielen hier jetzt mal zu zweit gegen einen Haufen Bots. Ich bin Cassidy. Ich weiß gar nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass ich mir den Charakter da gekauft hatte. Und den spielst du? Ich bin Gnash. Ah, okay. Für die, die es nicht wissen, Gnash ist der Tiger. Blaue Tiger. Ja. Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Das Spiel ist eigentlich viel zu schnell, um da irgendwas kommentieren zu können. Boah, das gibt's nicht, Alter. Ich fäng einfach kein Bot runter. Welcher Bot hatten wir nicht leben? Ach, die hast du alle schon runtergeworden, ne? Kann sein. Wie gesagt, ich... Oh, das sind wir. Warte. So. Nur mal zwei gleichzeitig rausgekickt. Okay. Boah, da war ich das gar nicht. Ich weiß das nicht. Oh, sorry. Oh, sorry. Okay, jetzt habe ich keinen Fresse gekriegt. Oh, sorry. Oh, mira. Oh, Anyway. Ja, ich habe eine Ja, das war damals der best. Ah. Oh, nein. Oh, nein. Was? So, jetzt wäre ich fast selbst runtergefahren. Boah, jetzt rollen. Der Penner hat mir meinen Kill geklaut. Mach die ganze Zeit hier hinten. Ich hab denen alle Leben gezogen. Nimm uns auf der RKK raus. Alles klar. Keine Lust mehr. Wow. Hast du gesehen, wie ich das Geld rausgeschossen habe? Ja. Ey, das wollte ich. Ach so. Warte, dann gehe ich wieder weg. Oder? Warte. Loil. Loil, wo bin ich hingeflogen? Oh, wir sind im Sudden Death, Mann. Perfekt. Also, das ist immerhin. Ich bin scheiße mit dem. Wo ist meine Lanze? Fang! Oh. Oh. Bei dir mit Waffen. Ja. Ja. Oh shit. Komm her. Ah. Nein. Ich will ne Waffe haben. Ja gut. Oh fuck. Oh shit. Oh scheiße. Nein. Ich will einfach nur in die Luft schießen und ich flieg direkt weg. Ja, nice. Alles klar. Du hast einfach einen Kill mehr und bist zweimal mehr runtergefallen als ich. Ja, läuft bei mir, ne? Okay, das war nice. Ey, wie hast du dann so viele Punkte bekommen? Wie meinst du, wie viele Punkte? Also, du hast ja zum Schluss, was weiß ich, oben rechts stehen ja die Punkte, so wie wir auch in Sudden Death gekommen sind. Und du hattest ja bisher zweimal mehr runtergefallen, nur noch ein Kill mehr als ich. Ja, nein. Wir hatten gleich viele Kills. Da oben rechts stehen die Kills. Also, die Zahlen sind in dem Sprungmodus hier die Kills. Und KOS? Äh, die... Ja, das sind ja die Kills. Ja. Da hattest du einen mehr und von den Toten hattest du zwei mehr. Ne, wir hatten beide gleich viele Kills und die sind deswegen in Sudden Death gekommen. Die Tote zählen dann nicht. Ja, 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 das ist mir klar, aber zum Schluss. Na egal, scheiße. Naja. Keine Ahnung, was du meinst. Kannst du gleich nochmal sagen. Wenn es nochmal passiert. Das war aber richtig geil, dass wir beide ins Sudden Death gekommen sind. Also, dass wir beide gleich wieder... Ey, wir müssen das gleich nochmal mit dem Leben machen. Ja. Auf jeden Fall. Leute, wo bin ich? Oh Leute, ich bin ganz... Oh Gott, ich bin einfach runtergesprungen. Leute, ich hab minus drei Leben. Aua. Ja, wenn du selbst den Mod vergehst, dann kommst du immer minus drei. Das sind... Oh, danke. Oh. Wusste ich gar nicht. Und ich werf die Bombe daneben. Oh no. Let's roll. War cool. Ja, beides stehe dir da ne. Wahrscheinlich. Ich beweg' mich die ganze Zeit einfach nur noch hin und her. Junge, ich hab schon wieder so wenig Leben, dass ich durch einen Schlag jetzt locker rauskomme Nein! Verpasst euch, meine Bombe Fuck, hab ich dich rausgeschossen? Ne, Scarlet, ich hab's verkackt, die Bombe reinzuwerfen, Alter Boah, bam Oh shit Ich kann sogar mit meinen Pistolen mehreren gleichzeitig Schaden machen und du fliegst weg, ja, mit meinen Revolvers Oh fuck, jetzt will ich auch schon Ey, die Gegner machen die, die sind immer bei dir Hab ich dich grad mit meiner Dings getroffen, mit der Mide? Kann sein Oh, Alter, oh, das gibt es nicht Ich bin schon wieder fast raus, und ich bin raus, alles klar Ich bin schon wieder bei Null Hör doch auf, ich muss da erstmal raufkommen Ja, geht mir genauso gerade Ja Bam Nein, meine Waffe Oh Gott Ey, sofort die Bombe, pass auf Nein Wow, 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 wow Erstmal raus hier Warte doch Warte doch Ich bin grad dabei den rausgekickt Oh, das war geil Oh, falsche Person Oh, das war nice Das war richtig nice Oh shit Jetzt hab ich aber Ah Julian, fang Oh 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 Hast du die Bombe geworfen? Ja Dann war das Ich hab mich verratiert, aber recht nicht Wo bin ich? Ab hier Nein, nein, nein Nein, nein Nein, 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 nein Ja Oh 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 Nein, du hast ein Kill mehr als ich Das gibt's nicht Oh Ja Nein Oh, das gibt's erst nicht Aber diesmal bin ich... Oh, ich bin fünfmal runtergefallen Das ist immer so eng Ich bin nur dreimal runtergefallen Aber dafür hast du auch drei Kills mehr als ich Ja Kills Stealer Spaß Okay, das war nice Ey, immer nur ein einziger Kill Ich hab'n neuen Stance Da hab ich zwar richtig wenig Leben und bin auch etwas langsamer Ein was? Ich hab'n neuen Stance, also so ne... Diese Zahl da unten, wo du dein Profil ändern kannst Welche hast du? Jetzt hab' ich den fünfte freigeschaltet Und ich... Dadurch krieg' ich jetzt richtig viel Schaden und... Ähm... Stärke Aber... Ziemlich wenig Verteidigung und Geschwindigkeit Hier, guck' mal, bei mir ist fünf das Warte, drück' noch nicht A Nicht, dass es losgeht Ja Guck' Das Boah, da bist du ja richtig langsam im Angreifen Ja Mit dem Laufen bist du schnell Ja Mit dem Laufen schnell und dem... Ganz wenig Also schnell Nicht! Ah! Ne, ich hab's doch nicht gestartet Ich kann's doch bestätigen, aber ich... Was hast du jetzt genommen? Wieder eins? Ne, vier Ich nehm' immer vier Weil da hab' ich mehr Leben Sonst hat Cassidy sehr wenig Leben Wo stehen denn die Leben? Ganz, äh... Das Schild So... Ja Weil... Ähm... Das bringt nix Also... Cassidy ist sonst richtig... Also sie ist normalerweise richtig stark Und auch schnell in Attacken Und schnell im Laufen Aber... Leben hat sie wenig Und jetzt hab' ich halt das genommen, dass sie Ungefähr überall gleich viel hat Alles klar Mach' ne Runde Mach' ne Runde Hey, das ist Patrick Wo? Ah, Sentinel Bontinel Ja, schnell den Bontinel Ja, ich glaub' sie haben die den Charakter genannt Also den Spieler Sentinel ist Bontinel Alles klar, sehr kreativ Ja, ja, ist so, ne? Oh, der Bob hat die... Der Bob... Der... Der Bot hat die Bombe vor Augen Ah Alles sicher Wo bin ich? Ich will mit spielen Oh Ich will mit spielen Nein, du darfst nicht mit spielen Bam Bam Ich hab' ein Knockout gemacht Glaube ich, oder? Ne, doch nicht Ich dachte schon Oh Oh Fuck Meine Bombe Ja Boom Aber ich hab' mich selbst getroffen Oh, Scheiße Ich hab' wieder ne Bombe Julian, wo bist du? Hier oben Ah, du bist ja tot Hehehe Fang! Hey, was war das mit dem Problem? Bam Nein perhaps Hehehe BAM 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 Bam. Bam. Und nochmal. Oh, leu, wo bin ich? Ich bin einfach dran vorbei. Oh, ich hab's doch geschafft. Jetzt bin ich dort. Oh, mit der Faust rausgehauen. Wo bin ich? Nehme ich nicht. Ich hab keine Waffe. Jetzt wieder. Bam. Ah, fuck. Aber immerhin hab ich dich jetzt ein bisschen eingeholt. Daneben. Nein, abgelenkt. Abgelenkt. Oh. Oh, Mann. Leu, wo bin ich denn jetzt? Ach, da unten. Fuck. Wie, kennst du das, wenn man einmal so oben links ist und dann eine Sekunde später unten rechts im Bild und sich dann so sucht? Was? Ja. 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 Auf, mein Magnet. Auf, mein Magnet. Wow. In die Fresse. Aber ich bin viel schlechter als du, du hast elf Kids Boah, da bist du ja Boah, diese Runde war ich richtig kacke Wo bist du? Vierter O Nur fünf Chaos Okay Das war's mit erstmal mit der Folge Nächste Folge werden wir mit Leben spielen, denke ich mal Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen Kommentieren, bewerten nicht vergessen Abonniert uns, wenn ihr wollt Also Juice Media Schaut auf unserem TS vorbei Macht's gut, habt noch einen schönen Tag Tschö Du kannst auch Scheiß sagen und dann Ave to von der Vielen Dank.